Herzlich Willkommen zur nächsten Runde Lebensberatung mit Gopal. Dieses Angebot ersetzt nicht die Diagnose und Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker. Jetzt für den Vorspann habe ich so viel mir aufgeschrieben, das muss ich mal vorlesen, sonst vergesse ich die Hälfte. Ich habe mich jetzt durch die Mails durchgearbeitet und konnte auch einigen jetzt antworten, die schon vor vielen Monaten geschrieben haben. Insbesondere geht es darum, dass es hilfreich ist, wenn ihr Beschreibungen zu den Videos mir schickt. Also wenn ihr ein Video anschaut und schreibt ein bisschen mit, was da drin steht, einen Text dazu, damit wir den unter das Video posten können auf der Webseite, weil das hat eine starke Wirkung für die Sichtbarkeit in Google und somit werden dadurch mehr Menschen erreicht. Also das ist eine der zentralen Maßnahmen, um mehr für Verbreitung zu sorgen. Und wenn ihr das machen wollt, schickt bitte mir die Texte oder den Text zu einem Video. Ich gebe das dann weiter und schaue mir das vorher nochmal an. Wir werden auf die Homepage eine Anleitung dazu noch drauf tun, was man da aus SEO-Sicht beachten sollte und wie wir das koordinieren, damit nicht zwei Leute gleichzeitig an einem Video arbeiten. Also guckt bitte, bei Team wird es wahrscheinlich dann drinstehen, Unterstützung, Jobs. und ich werde es dann wahrscheinlich auch nochmal an Facebook und so weiter genau ankündigen. Aber vielleicht könnt ihr ja schon mal, wenn ihr wollt, euch ein Video raussuchen und entscheiden, welches ihr oder falls ihr was dazu beitragen wollt. Ja, ich bin jetzt so 200 Mails noch zurück, also wird noch ein bisschen dauern, bis ich mich dann bis heute wieder durchgearbeitet habe. Mein Urlaub steht ja bevor und ich hatte schon gesagt, dass ich mich da ein bisschen mehr um die nicht sichtbaren Ebenen kümmern möchte. Also Klarträumen, luzides Träumen sind die Stichworte. Astralreisen, außerkörperliche Erfahrungen, da werde ich dann mich vorrangig drauf ausrichten. Und ich hätte gerne eine Gruppe hier in Dresden, wo wir das gemeinsam üben und uns austauschen. Also ich möchte das nicht alleine erforschen. Wer Lust dazu hat und aus Dresden oder der Umgebung ist und mitmachen möchte, bitte mir eine Mail schreiben. Wir müssen uns jetzt nicht unbedingt an einem speziellen Seminarort oder so treffen. Das ist also eine rein private Geschichte. Das hat nichts mit Traumarbeit oder so zu tun. Da bin ich auch als Privatperson dabei. Und die Idee ist, dass wir das gemeinsam erforschen. Also vielleicht hat jemand mehr Erfahrung schon. Also ich bin da auch noch Anfänger, kann man sagen. Und dass wir uns bestärken und Erfahrung austauschen. Und zusammen gibt das einfach viel mehr Energie. Und wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht kommt dann irgendwann so etwas wie ein Astralteam raus, wo man dann gemeinsam vielleicht sogar sich dann dort bewegen und bewusst Dinge tun kann. Und das wäre natürlich so etwas richtig abgefahren. Also wer da drauf Bock hat, auf eines der wirklich letzten Abenteuer, schreibt mir und dann schauen wir mal, wie wir das organisieren. Mir wäre es am liebsten, das irgendwie mittwochs, vormittags zu machen. Wenn das geht, also nach der Mittwochsmeditation, an dem Vormittag, wöchentlich oder monatlich. Schauen wir mal. Dann wollte ich so eine Art Jahresabschluss noch zusammenfassen. Ein paar Daten. Also ich habe gerade mal geguckt beim Verlag. Es sind jetzt knapp 1200 Bücher verkauft worden von dem ersten Band. Der zweite Band ist jetzt wirklich bald online, also bald verfügbar. Ich habe jetzt das letzte Muster noch korrigiert. Die endgültige Fassung kriege ich dann, so wie es aussieht, kommende Woche, was ich dann nur noch freigeben muss. Und dann kommt es endlich, endlich auf den Markt. Das Buch, Band 2, das Floating Handbuch. Dann haben wir inzwischen 300 lokale Gruppen, was auch sehr schön ist. Wird also immer mehr. Der Webseitentraffic hat auch stark zugenommen, seit die neue Seite online ist. Das schwankt jetzt zwischen 400 und 600 Besuchern am Tag. Bei YouTube geht es kontinuierlich nach oben. Es sind jetzt über 400 Videos da. Es sind 5230 Abonnenten und mehrere tausend Aufrufe am Tag. Also es geht voran, so wie es sein soll. Dann die nächsten Projekte, was jetzt so ansteht. Eine Geschichte, die ich auch noch so im Blick habe, ist, die ganze Videoproduktion auch noch auszusourcen, outzusourcen, falls jemand in Dresden Lust dazu hat und die Fähigkeit. Wäre das auch noch eine Möglichkeit, sich zu beteiligen, weil ich gerne noch mehr vom Rechner und von der Technik weg möchte. Also wer Lust drauf hat, die Verantwortung für die Videoproduktion zu übernehmen, der könnte auch mein Equipment haben. Die Soundtechnik, die Videotechnik. Und ich zeige auch gerne, wie das unter Open Source funktioniert. Und am Ende stelle ich mir sowas vor, dass ich nur noch in ein fertiges Setting gehe, dort die Arbeit mache und die Fragen, die vorbereitet sind, dann bearbeite. Oder auch live dann Fragen beantworte mit Menschen, die physisch da sind und dass ich mich um die Aufzeichnung und das Verarbeiten und den Schnitt und den Upload und so weiter nicht mehr kümmern muss. Also vielleicht findet sich ja dafür jemand. Dann, ganz wichtig als allernächstes, möchte ich, dass die App für die lokalen Gruppen jetzt an den Start kommt. Hatte ich ja auch schon angekündigt, wer da das Know-how hat und Lust hat, sich zu beteiligen, bitte mit mir und Christian in Verbindung setzen. Mir schwebt vor, dass wir zuerst mal eine ganz, ganz rudimentäre Version an den Start bringen, dass überhaupt mal was da ist. Das könnte zum Beispiel in der allereinfachsten Variante so aussehen, dass man die Mitgliederliste, also die Gruppenleiterliste dort findet und eben die Karte mit den Herzchen. Also ganz, ganz simpel, dass wir damit mal anfangen, dass mal was verfügbar ist. Und von dort gehen wir dann weiter. Die Ideen sind natürlich sehr weitreichend. Hatte ich auch schon beschrieben, was da alles möglich ist dann oder als Idee, was mir davor schwebt, dass man immer sehen kann, zum Beispiel, wo die nächste lokale Gruppe in der Nähe ist, wann der nächste Termin ist, dass das eingeblendet wird. Noch weiter würde es gehen, wenn jeder, der mitmacht, also auch die Teilnehmer dort, die wollen sich registrieren und dann zu sehen ist, ob ein Teilnehmer in der Nähe ist, wo man gerade ist, um sich zum Beispiel mit dem zu verbinden. Dass man also weiß, man ist nicht alleine, dass überall die Teilnehmer da sind und man sich auch so treffen kann außerhalb der Gruppen. Ja, also das wäre, was als nächstes dran ist. Dann sind wir immer noch dabei, Räumlichkeiten zu finden für Großveranstaltungen. Also hier in Dresden ist das Gut Vorberg im Fokus, habe ich mich noch nicht darum gekümmert, in Weimar, möglicherweise die Weimar-Halle mit 1200 Sitzplätzen. Also das sind so Optionen und das ist natürlich auch wieder eine Dimension, wo ich nichts mehr mitmache konkret, sondern das muss dann von Organisatoren gestemmt werden. Ja, und dann wird es hoffentlich auch bald soweit sein, dass wir mit der Filmproduktion beginnen können. Es haben sich unglaublich viele von euch angemeldet zum Gefilmtwerden. Das finde ich großartig. Also das wird demnächst dann auch losgehen und in der ersten Runde sieht das so aus, dass wir einfach mal ein Wochenende filmen und daraus einen Trailer machen. Braucht auch noch einiges, aber das wäre das, wie es weitergeht. Dann nochmal herzlichen Dank an die vielen Geldgeschenke und auch an die sonstigen Geschenke. Ich habe nur eine Bitte. Wenn ihr mir was Physisches schenken wollt und das herschickt, bitte macht das nur mit Absprache mit mir. Es gibt Leute, die schicken das irgendwo hin an eine Adresse und dann ist die Adresse nicht korrekt und dann geht es zurück und dann kommen Sachen doppelt und so weiter. Also bitte, ich freue mich ja, aber bitte macht es mit Absprache. Sagt mir vorher Bescheid, besonders wenn es um höherwertige Dinge geht. Ja, ansonsten auch hier vielen Dank allen Mitwirkenden. Es sind inzwischen sehr viele und das meiste kriege ich wahrscheinlich gar nicht mit, was da jetzt inzwischen alles abgeht. Okay, kommen wir zu den Fragen. Lieber Gopal, darf ich dich herzlich umarmen. Heute empfand ich dich so liebevoll, dass mir das Herz ganz weit wurde. Seit etwa anderthalb Jahren kenne ich deine Arbeit. Damals wurde mir sofort klar, weshalb mein langjähriger spiritueller Weg in einer Sackgasse angekommen war. Danke dir für alles. Ich habe viel von dir gelernt und bin weiter dabei zu lernen. Liebe Grüße. Ja, gerne. Virtuelle Umarmung oder physisch. Und genau, bei dem letzten Video habe ich ein bisschen drauf geachtet, dass da energetisch noch ein bisschen was mit dabei ist. Lieber Gopal, es stimmt nicht, dass wir uns ausschließlich über ehrliches Mitteilen transformieren. Man kann auch alleine im Wald Transformation erleben oder sogar auf einem Rockkonzert, wenn man die Wahrheit will. Transformation gibt es nur im Bindungskontext. Nirgendwo sonst. Und wenn du dich aus dem Bindungskontext herausnimmst, auf ein Rockkonzert oder in einen Wald, dann heißt das nichts weiter, als dass du Distanz herstellst, um dann mithilfe dieser Pseudosicherheit von Distanz dir selber mehr Begegnung zu können. Und das nennst du dann Transformation. Dahinter ist immer eine Bindung. Sonst könntest du gar nicht alleine in den Wald gehen und dich dem aussetzen, würdest du gar nicht aushalten, weil das System dann instabil werden würde. Und du musst gar nicht in den Wald. Das ist ja nur der Versuch, dem Eigentlichen wiederum zu entkommen. Du kannst auch bei den Menschen, bei dem Menschen bleiben, und direkt im physischen Kontakt das kommunizieren, was da ist. Das geht viel schneller, ist viel effizienter, als immer wieder Distanz herzustellen, dann sich wahrzunehmen, dann zurück in den Kontakt und dann sich ein bisschen zu verbiegen. Das ist das Spiel, was da läuft. Kontakt, Wald und so weiter. Ja, und die Wahrheit hat mit Heil, Transformation und so weiter auch nichts zu tun. Die Wahrheit ist jenseits davon und die ist immer konstant. Da gibt es nichts Relatives, was da hineinragt. Was ist, wenn ein Trauma hinreichend bearbeitet wird? In Klammern 25 Jahre, Brainspotting und so weiter, Auflösen von Ahnenprogrammen, die sehr tief verwurzelt und vieles mehr und es gibt keine Veränderung, außer, dass ich schon eine Befreiung spüre und dennoch ziehe ich immer die gleichen Personen an, wo ich geben soll und ich nach Benutzung abserviert werde. Muss ich dann eben diese Spuren beseitigen, indem ich mich einfach dem stelle, das heißt es anders mache und gegebenenfalls abwende, immer wieder umziehen müssen und alleine dastehen und neu beginnen, elektrosensibel. Warum? Ich habe schon so viel getan. Ja, du hast schon so viel getan, aber den Kern noch nicht berührt. Wenn du punktuell an Erlebnissen arbeitest, kann auf eine gewisse Art und Weise hilfreich sein, aber du hast den Kern noch nicht berührt. Der Kern ist immer nur der Bindungskontext. Es geht nicht darum, was dir passiert ist. Es geht darum zu lernen, dich im Bindungskontext neu zu bewegen und dort vermehrt Dinge von dir mitzuteilen. Und was du schreibst, heißt, dass du noch keinen Therapeuten gefunden oder aufgesucht hast, der dir den Raum dafür gegeben hat. Und nur das ist das, was die Transformation bewirkt, weil du schreibst ja auch, das, was du ja im Prinzip beschreibst, das heißt, dass der Beziehungsraum nicht gelöst ist für dich, dass du das weder steuern kannst, noch dass das so ist, dass es für dich Erfüllung bringt. Also du hast ganz sicher Vorarbeit geleistet, aber der Kern ist noch nicht angegangen. Und dafür würde ich mir jemanden suchen, der das mit dir machen kann. Also ich empfehle immer NAHAM, also Neuro Effective Relational Model. Und da würde ich dir empfehlen, dir einen Therapeuten zu suchen und dann dich trauen, dahin zu schauen, was zwischen dir und anderen Menschen passiert. Und nicht so sehr auf dein Trauma zu gucken, weil das, was du Trauma nennst, oder was wir Trauma nennen, ja, das ist ja in der Regel ein mentales Konstrukt über die Vergangenheit. Da ist aber, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das, was jetzt zwischen dir und anderen Menschen passiert. Hallo Gopral. In deinem letzten Q&A hast du gesagt, was einem früher angetan wurde, tut man sich heute selbst an. Da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich früher viel Vernachlässigung erlebt habe. Mir ist schon öfters aufgefallen, dass ich meine Zahnpflege vernachlässige und konnte mich dabei selbst nicht verstehen. Jeder Versuch der Besserung ist gescheitert. Nun meine Frage. Wie kann ich diesen mir selbst schadenden Mechanismus stoppen und beim Zähneputzen wieder eine Routine reinbringen? Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest? Fehlt ein Wort. Das ist nicht die Ebene, worum es geht. Es geht nicht darum, was du beschrieben hast. Du musst gucken, was im Bindungskontext in Bezug auf andere Menschen mit dir nicht gelöst ist. Das ist die reine Symptomebene. Dazu möchte ich nichts sagen. Das hilft dir nicht. Es geht nicht um das Zähneputzen. Es geht darum, was du im Kontakt mit anderen Menschen nicht kommunizierst. Darum geht es. Und wenn das gelöst ist, dann fallen die Vorgänge an der Peripherie, die nicht gut sind, weg. Du kannst dich ja nur um dich kümmern, wenn du genährt bist. Du kannst dir nur das geben, was du im Bindungskontext an Austausch realisiert hast. Wenn da wenig Austausch ist oder fast keiner, kannst du dir selber nichts geben. Das geht überhaupt nicht. Da kannst du dich nicht um dich selber kümmern, weil die Not so groß ist. Ein Kind, ein kleines Kind, ein Säugling, kann sich nicht um sich selber kümmern. Das braucht es von außen. Genauso wie jemand, der in Lebensgefahr ist. Der kann sich nicht um sich selber kümmern. Guck nicht zum Zähneputzen, sondern guck zu deinen Beziehungen, was da los ist. Hallo Gopal. Ich werde durch bestimmte Maßnahmen zur Zeit von Tag zu Tag klarer. Durch diese Klarheit verspüre ich jedoch eine Aggression, die keinen Adressaten findet. Also ich habe keine Ahnung, wieso sie da ist. Ich mutiere gerade zum totalen Arschloch und mir geht die Liebe abhanden. Was passiert denn da gerade nur? Liebe Grüße und ich danke dir für alles. Ja, da passiert die Transformation. Das ist einfach, wenn die Aggression durchkommt, geht es los. Also kann ich nur gratulieren. Die hat übrigens immer einen Adressaten. Der ist dir jetzt vielleicht noch nicht bewusst, aber es gibt keine Aggression. Einfach so. Die hat immer einen Adressaten, weil Aggression ist die körperliche Reaktion auf Gefahr im Außen. Aber du musst den jetzt nicht zwanghaft finden, sondern es geht darum, dass du mit dieser Aggression lernst umzugehen. Zum Beispiel, ja, hau auf ein Kissen zu Hause, schrei, drück das aus, erst mal, dass das erst mal ins Außergehen kommt. Und dann kannst du beginnen, immer mehr das zu kommunizieren. Ich bin gerade wütend. Und dahinter sind Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Und da kommst du dann dran. Und was das ist, ist immer dasselbe. Das ist immer der Wunsch nach Verbindung, gesehen werden, Austausch. Ja, ist gut, was da passiert. Und Liebe, was Liebe ist, das kannst du erst erfahren, wenn du die ganze Aggression und die Wut integriert hast und damit sein kannst. Vorher ist, hat das nichts mit Liebe zu tun. Wir können nicht lieben, ohne dass wir den Hass integriert haben. Das geht nicht. Hallo, Gopal. Ich brauche bitte deine Hilfe. Wie gehe ich mit energetischer Manipulation um? Eine Frau in meinem Studium, der ich ganz klar gesagt habe, dass ich keinen Kontakt wünsche, beeinflusst mich energetisch. Sie lenkt meine Aufmerksamkeit auf sich. Wie Frauen das halt so energetisch machen können. Das ist fast Magie, wie ein Sog. Und es kommt von ihr, nicht aus mir. Da bin ich mir sicher. Was kann ich dagegen tun? Ich möchte wirklich keinen Kontakt zu ihr. Liebe Grüße. Tja, da bin ich jetzt nicht so der Spezialist zu. Was mir da einfällt ist, was du machen kannst, das nur zu beobachten. Nichts machen, nur beobachten. Die andere Variante ist das anzusprechen. Ihr einfach zu sagen, du, ich habe das Gefühl, du wirkst energetisch auf mich ein. Stimmt das? Also das ans Licht bringen, ist immer gut. Und dass du mit ihr nicht zu tun haben willst, ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig wahr, sondern da gibt es einen Teil, der da hin will. Und du könntest mal schauen, was du da eigentlich noch möchtest bei diesem Menschen oder was da nicht ausgedrückt ist. Da ist wahrscheinlich etwas in dieser Konstellation, die du wahrscheinlich von früher auch kennst, was noch nicht kommuniziert wurde, noch nicht ausgedrückt wurde. Und wenn das sozusagen nicht bewusst ist, dann wird dein System immer wieder da sozusagen hinschauen und sich dafür öffnen. Und wenn du es schaffst, innerlich nicht darauf zu reagieren, dann kann sie nicht mehr andocken. Sie kann nur andocken, wenn du dich da irgendwie hin öffnest. Und wenn du wirklich bei dir bleibst und nur wahrnimmst, was da passiert und nichts machst, dann wird das früher oder später aufhören. Hallo, Gopal. Du sagst öfters, irgendwann löst sich dann das Ego auf. Wie genau meinst du das? Wir behalten doch trotzdem noch unsere Persönlichkeit, oder? Danke für deine Arbeit und viele Grüße. Es macht keinen Sinn, darüber zu reden. Und das Beste ist, du erfährst es. Und dann lösen sich alle Fragen auf. Probier es aus. Geh in Austausch. Überwinde deine Abwehrstruktur. Mach die Erfahrung. Fang an zu meditieren. Und das, worum es geht, hat nichts mit der Ebene zu tun, die jetzt diese Frage gestellt hat. Und wenn ich jetzt darauf antworte, dann mache ich alles nur noch schlimmer. Dann wird dieser Teil noch, dann bläht er sich noch weiter auf. Aber du machst dann die Erfahrung nicht. Mach die Erfahrung. Und dann wird sich alles beantworten. Lieber Gopal, ich bin verzweifelt. Mein Körper fühlt sich an, als wäre er gelähmt. Ich versuche, deine Tipps umzusetzen und in Bewegung zu kommen. Es kostet mich jedes Mal enorme Überwindung, aber ändert irgendwie nicht wirklich etwas an meinem Zustand. Der Druck ist dann zwar etwas raus, aber am nächsten Tag beginnt das Spiel wieder von vorne. Mache ich etwas falsch? Mensch wäre dir dankbar, wenn du was dazu sagen könntest. Vielen lieben Dank. Also zunächst bei körperlichen Sachen musst du zum Arzt gehen und das abklären lassen, ob irgendwas Organisches vorliegt. Und zum Zweiten ist es so, dass die Lösung nie alleine stattfindet. Die Lösung ist nicht alleine mit dir. Es gibt keine Lösung alleine mit dir. Die endgültige Lösung ist immer, dass du in Verbindung mit Menschen kommst. Und wenn du diesen Schutz von dem Körper sozusagen durchbrichst, was ja gut ist, und dir fehlt die Bindung, dann muss der Körper ja zurückspringen, weil nichts da ist. Also es geht um Verbindung. Du musst gucken, was in der Beziehung zum Menschen nicht läuft. Das ist nichts, was du alleine mit deinem Körper löst. Es geht nicht um deinen Körper. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Du musst nicht zu deinem Körper gucken, sondern zu anderen Menschen. Das ist einfach ein Trick. Du hast dich getrennt von anderen Menschen und hast jetzt ein Symptom entwickelt und damit ist wieder alles rund auf einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn du da immer wieder hinguckst, dann verlierst du das aus den Augen, worum es geht, was nämlich der Kern der ganzen Sache ist. Also versuch dich von dem Körpersymptom zu lösen und also nicht da dauernd hingucken und dich damit zu beschäftigen, sondern versuch zu anderen Menschen hinzuschauen. Was ist da? Wer ist da? Wie bin ich mit denen in Kontakt? Wir können uns trennen, indem wir in den Körper gehen und Symptome entwickeln. Wir können uns auch trennen, indem wir in den Geist gehen und dort rumrasen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten, sich zu trennen. Und der Weg ist immer wieder zurück in die Verbindung. Lieber Gopal, danke von Herzen für alles. Hier meine Frage. Ich fühle mich stabil, wenn ich Hilfe zur Selbsthilfe geben kann. Die wird auch konstruktiv angenommen. Das fühlt sich echt gesund an. Gleichzeitig merke ich, dass ich grundsätzlich nur annehme, was ich auch bezahlen kann bzw. Gegenleistung, da ich mich sonst abhängig fühle. Was genau ist da noch nicht am Licht? Für eine Antwort danke ich dir im Voraus und grüße dich herzlichst. Na ja, da fallen mir zwei Sachen ein. Einmal Kontrolle. Wenn du bezahlst, hast du die Kontrolle. Du bezahlst und nur das geht rein, was du bezahlst. Also hast du eine Form von Kontrolle. Das andere ist, dass es ein bisschen noch darauf hindeutet, dass du auf einer Ebene doch vielleicht nicht ganz offen bist, was das Geben angeht. Weil wenn du alles gibst, dann kannst du auch alles annehmen. Ich habe zum Beispiel null Probleme, Geldgeschenke und Gegenstände anzunehmen, Hilfe, ja, null Probleme. Das geht ungebremst rein. Also wenn wir zu sind auf einer Seite, dann ist die andere Seite auch zu. Das heißt, wenn ich nach draußen was nicht im Fließen habe, dann fühlt es sich komisch an, wenn ich mehr reinnehme, mehr reinlasse. Und genauso anders, wenn ich es nicht schaffe, etwas anzunehmen oder alles anzunehmen, dann habe ich auch Schwierigkeiten, was zu geben. Das bedingt sich eben gegenseitig. Und dahinter sind immer unerlöste, unintegrierte Gefühle. Du könntest zum Beispiel gucken, wenn du was annimmst, ohne durch Bezahlen die Kontrolle zurückzugewinnen, was kommt dann für ein Gefühl. Und das Gefühl würde ich mir anschauen und das kannst du auch mitteilen. Also du könntest zum Beispiel, statt das zu bezahlen oder auf das Bezahlen zu bestehen, statt also Geld zurückzugeben, könntest du dein Gefühl zurückgeben, was du da hast. Ich fühle mich jetzt schuldig. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich fühle mich ratlos, hilflos. Was auch immer da ist. Gut, soweit für diese Runde und für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr Videos machen werde. Ich bin zufrieden mit dem Jahr, wie es gelaufen ist. Besser hätte es kaum sein können. Und mal schauen, wie es denn weitergeht.